Hallo meine Lieben, hier ist euer Opa Mario, der alte Sack von Rollstorm TV und ich begrüße euch natürlich als Fusier recht herzlich auf dem Server Crusaders-Streik und Season of Discovery bei W.O.W. Klassik. Das ist die Uhr, glaub ich, hä? Ja, der war gar nicht... Nee, für den... Hallo! Äh, für den... Schönen Tag auch. Danke. Hier, das war doch... Hier so ein Hammer-Frühstück hier, schönes Frühstück hier, nämlich... Ach, nicht beides! Auf dann! Naja... Nee, ist nicht schlecht, aber... Nimm meine Billigäpfel. Mir geht's ja um den Taschenplatz. Das kann da hin, Eulof Olas ist ja hier erledigt. Weg. Pilze haben wir auch nicht mehr, denn kann da... Kann da die Milch hin. So. Essen und trinken. Jawoll. Und Pilze weg. Weg. Hier, guck mal, da drüben. Da drüben auch welche sind. Gut. Na ja, du willst du wieder zu mir, wa? Ich hab dir meinen Kampf... Gut gemacht, Gertrud. Sehr gut. Die hatte mal, aber... Die denkt, ich hab das nicht gesehen. Die hat da so einen Trick drauf, die... mit dem... mit dem... mit dem dritten... so... mit dem... mit dem dritten Halswirbel. Und dann... Haben die auch keine Schmerzen mehr. Das geht so schnell. Nein. Hattet sich aber... Hattet sich... Hattet sich selber angeeignet. Habe ich gar nichts dazu beigetragen. Und auch kein... Tier... Tierlehrer. Den wir nicht bezahlen können. Weil wir so arm sind... Wir armen. Mensch, hast du den Blink? Ich habe keinen zu... er hat mir die kniescheiben nach hinten gedreht ich habe opa gelesen spinnoppa stimmt aber auch jetzt wird oder brauchte schweine ach der schon ach dann liegt er hat ja noch welche die kacke war nur weil ich nicht gucken kann ich brauche doch auch mal ein schwein die zu den lebern haben wir noch was zum sammeln aber das ob die echte chance auf heute ich kann das da waren wir schon wieder neben mir war auch jetzt hat sich aber bei die werden wir noch schaffen so ein schweinchen wieso steht er denn immer in der luft dabei da ist ja interessanter staubteufel ja nein ich doch auch nämlich ich würde sagen doch meistens größer ich wollte doch bloß helfen wer früher stirbt ist länger tot ich weiß dass sie fertig sind das habe ich natürlich gewusst aber ich habe gar nicht mehr darauf geachtet ich wollte eigentlich nur helfen weil ihnen ja zwei beim wickel hatten das muss ja nicht sein wenn man helfen kann aber dass der schuss wieder nach hinten losjagen aber das kann ich gut schuss wieder nach hinten losjagen ist natürlich schade muss ein bisschen das ist eine entschädigung da hätte aber wenigstens die kleine und ein richtiges leder sein können dass meine knochen ich fühle mich hier doch ein bisschen wohler da die ist auch noch die haben wir noch schon die brauchen wir nix mehr ich will bloß das leder haben ich sehe dich doch so wir können es abgeben abgeben gehen wenn sie wieder falsch die farm ist doch kriegt man es nie leer was ist denn mit der form die farm ist doch dahinten die frau das eigentlich haben würde die zutaten muss in die quest für ach deshalb man sie brauchen immer noch ein schwein beziehungsweise die leber hier kommt doch der fuhr mit ich kann sie was aber es ist schon erstaunlich wie viel zeug man von seinem schwein kriegen kann und es hat trotzdem nichts nützt obwohl erholt ich mal den vogel will ich nicht auch kommen ein schweinchen dankeschön mein freund dankeschön taxis doch manchmal schön was man dafür nahm geließe und manchmal so wieder nicht schön wenn man sie manchmal gar nicht lesen kann weil sie so gegenbrecherisch sind er wollen wir einatmen muss auch wieder ausatmen ist ja nicht schlecht aus so seid gegrüßt sei grüßt für die allianz sei vorsichtig das licht segne euch fünf jahre schreiben achte doch der judo du bist mein idol du bist jetzt mein idol ja da ist zum beispiel jetzt so lange ziehe den ehrenfreund jim die allianz in der zeit scheint das nicht den namen zu lesen auch süß waschi kleines das sieht doch nicht aus wenn die rum hoppsen ja siehe den ehrenfreund ja ich bin ja so viel wie ich ziehe die grüßt kommt gar nicht mehr zurück stunden tatsächlich lassen die kleben alle auf der straße kommt gar nicht durch für die allianz so händler reparierer braucht ihr etwas ja ach kein reparierer wie war denn das mit ihm mit den stärkeren pfeilen wenn ich jetzt wüsste was ich nicht weiß aber die brauche ich nicht ne aha da die ist verkästen dass wir sie nicht brauche dann ist ja gut das ist schön wenn er es zeigt man sieht sich ach ich wollte doch mal gucken ich habe mich ja verwundert ich habe mich verwundert ich habe mich ja gewundert ja ist falsch ich habe mich ja gewundert warum ich nicht keine barren machen kann ich vermute mal dass mein level für bergbau noch zu klein ist wenn ich das richtig gelesen habe habe ich da habe ich da stufe level 25 bei bergbau kunst muss ich muss ich haben fertig fertigkeiten merkbar da ich denke ich müsste doch eigentlich reichen für kupfer zum ja 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 ich weiß nicht warum ich da keine aber jetzt ist mir auch egal ich habe keine zeit stunden lang so wir brauchen also immer noch ein schwein ein schwein ein schwein oh wieso habe ich ihn da geguckt eben wenig da ist er ja gar nicht er ist doch hier jetzt das ist ja möglich ich kann reparieren braucht ihr etwas reparatur hier also kannst du haben ja das ist wichtig für also ich habe doch Lagerfeuer hier kann ich doch dann sieht sie ich kann ich nicht da schnell wie ich auf einmal mit nichts mehr zu fassen führen habe das wäre ja sehr peinlich feinlich und feine sollte ich auch kaufen oder beide müssen sie auch haben hast du feine ich liefere nur feinste waren das ist schön ne schönen tag auch ihr sucht doch etwas was ist das deine feine ich wusste doch ich hab irgendwas vergessen so